Sie wollen da mal wieder raus? Kommen Sie zum Personalmanagement Kongress 2011. Workshops, Diskussionen, Best Cases, 120 Referenten. 1.500 Human Resources Professionals knüpfen Netzwerke und tauschen Ideen aus. Mehr als 30 Partner stellen die neuesten Services und Tools im Personalmanagement vor. Kurz ein Ideenlabor für Human Resources. Alle Tools, Strategien und relevanten Kontakte in zwei Tagen. Melden Sie sich jetzt an! Deutschlands größter Kongress für professionelles Human Resources Management. Der Personalmanagement Kongress am 30. Juni und 1. Juli in Berlin. Mehr Infos unter www.personalmanagementkongress.de